So hallo lieben Leute hier ist euer DJ Yasaki wieder mit einer neuen Folge von Battled Royale. Mal schauen was heute so abgeht. Ist glaube ich mein zweites Fortnite Battle Royale Video. Bisschen mal rumballern, rumschießen, gucken was witziges passiert, was interessantes passiert. Ja gesagt da ist die Achterbahn wieder. Ich glaube sicher ist es eher zu sitzen anstatt drauf zu stehen. Ja Leute also wie gesagt ich bin bei Fortnite ein Laie noch, ein Anfänger. Ich habe das mal vor ein paar Monaten, ein paar mal gespielt, aber was sagt denn an? Wie gesagt ich habe das vor ein paar Monaten gespielt, aber ein paar mal. Jetzt nebenbei zock ich auch bis zum Warzone. Ja seitdem, vor allem seit dem Event von Travis Scott hat mich das echt fasziniert. Ja weshalb ich habe ein bisschen Fortnite zu zocken. Das ist geil. Bisschen XP kann niemals schaden. Zack was passiert jetzt? Zack. Alle sammeln, alle sammeln. Was passiert jetzt? Komm komm komm. Okay. Zack okay. Ja. 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 XP ne? Super geil. Ja. Bauern. Ich bin echt Amateur. Ja hier. Nach zwei Minuten lohnt sich das noch hier. Ich brauche ein bisschen eine bessere Wache. Oh Schilddrank habe ich hier. Ich sollte mir die Schraube echt besser machen. in den Kreis begebe. in den Kreis begebe. Nix hier was interessantes. Fernzünder. Hier gibt es echt nur Mist glaube ich hier. Hier kann man noch Fußball spielen müssen. Die DJ Yasaki. Eigentlich heißt mein Kanal nur Yasaki aber ich finde mit DJ klingt das irgendwie geiler. Oh ok. Oh ne goldene Kiste. Feuer war so kalt. Feuer. Was richtig greiflich. Boah flood für Board. Obwohl. Oh neOME四 Machダメ領 30 Meter hinter. Die ist die Geräusche. Weil das hier war mein Bruder gebraucht so. Und es ist eigentlich für 2 Plätze. Schnell, schnell, schnell. Wie viele Leute sind denn noch drin? 51. Halt mir mal das. Oh, da vorne ist jemand. Ich heuere mal Vorsicht. Was ist das denn? Hier ist es, glaube ich, gefährlich. Aber ich muss auch irgendwie in den Kreis kommen. Ich weiß nicht, Leute, ob man bei Fortnite rennen kann. Der rennt zwar, aber irgendwie, ich drücke ja gar nicht, ob man noch schneller rennen kann. Also, falls ihr was darüber wisst, schreibt bitte in die Kommentare. Und ja. Scheiße, Scheiße. Ich dachte, da wäre etwas Besonderes, aber nein. Nichts wertvolles. Ich bin auch mal gespannt, wie meine Stimme gleich im Video klingt. Hier ist ja echt niemand. Ja, gerettet haben wir uns auf jeden Fall. Das scheint eine goldene Kiste zu sein. Jawohl. Schrotflinte, unnötig, medikit. Hm. Ich bin Anfänger, brauche ich nicht. Ich sterbe sowieso direkt. Direkt. Direkt mit einem Tee oder keinem Tee. Direkt, direkt. Was klingelt da? Telefon, hallo. Ich frage mich, wo die ganzen Leute sind. Campen die? Oder. Hm. Ich höre schon was. Wo ist der? Da schießt jemand. Oh, ich schlafe einer ist hinter mir. Ach du scha- Ah, da ist er. Der kann fliegen, springen. Was kann der? Ist das Son Goku? Ach du scheiß. Kann ich ihm, ist das ein Bazooka? Was ist das? Ich habe Angst. Ich habe echt Angst. Ich habe zuerst nur noch rufeiert. Das war schon so. Habe ich schon umgebracht? Ah! Ah fuck! Ah fuck! Der sieht aber gut aus. Gott sei Dank bin ich von dem erschossen worden und nicht von einem anderen. Ja dann bereit machen wir ab zur nächsten Herausforderung Kampf. Er ist noch von dem Astronomical Event geblieben. Der Ladebildschirm sieht auch echt geil aus. Das Event war übrigens echt der Hammer. Ich habe ja wie gesagt vor Ort nicht so lange gespielt. Sehr sehr selten. Aber durch meinen Bruder bin ich auf das Event aufmerksam geworden. Ich hatte echt Bock das mir rein zu ziehen. Erstmal auf YouTube dann bin ich ins Spiel reingegangen. Die nächsten Termine habe ich das dann mehr live quasi angeschaut. Habe ich auch auf meinem Kanal übrigens gepostet. Einmal ohne und einmal mit Kommentar. Ja super die haben wir finde ich nicht. Und ja. Ich habe übrigens dieses Video auf. Wohin gehen wir denn. Ich habe Bock so ein bisschen Ski. Wo war Ski? Oder Yacht. Genau. Yacht können wir mal gehen. Will ich mal ein bisschen erkundigen. Was wollte ich sagen? Ja übrigens geht dieses Video genau. Halbe Stunde. Danach gucke ich mal ob ich direkt eine neue Session starte. nochmal von 3 Minuten. Oder vielleicht beende ich das mache. Was für anderes. Muss ich mal schauen gleich. Eigentlich vergeht die Zeit echt schnell. Wenn man zockt. Deshalb ja. kann man da rein gehen. Stirbt man da. Oder. Ich hoffe nicht. Alter. Kann man da rein gehen. Stirbt man da. Oder. Ich hoffe nicht. Alter. Ich bin ja von unten mal dabei. Ach scheiße. Was macht der denn da. Ah geil Alter. Geil. Das ist aber echt der Hammer. Kann man einfach schweben. Ich wünsche. Das könnte man im echten Leben machen. Aber dieser eine Mann. Der konnte irgendwie. Der ist nicht ganz nach oben gegangen. Wie hat. Wie schafft der das. Und der bleibt einfach da. Krass. Nicht Psychopathen hier. Nur. Ich dachte. Da wäre eine XP. Wenn es. so war ich so neu bin. Ich glaube ich echt viel XP. Ja. Super. Nur Munition. Boah. Warum schaffen wir das nicht. Ach du Scheiße. Was macht der hier. Guck mal. Was sind. Über diesem Haus ist eigentlich gar nichts. Also. Drunter. Kein Durchzug. Aber ne. Ich wurde trotzdem hoch. Geschleidert. Ah scheiße. Ich muss auch auf den Kreis achten. Aber wir haben ja noch paar Minus. Guck mal. Fuck halt. Ich wollte mich eigentlich umziehen. Wäre cool wenn auch im Wasser paar Tierchen oder so werden. Ne. Oder wenn man tauchen könnte. auch mal. Super alter. Wie schaffe ich. Oh klar. Ach scheiße. Ich werde verfallen. Fuck halt. Ah. Da ist die Telefonzette. Ich habe schon meinem Bruder mitbekommen. Kann man sich anscheinend hier. Okay. Ich will als Goose auch bleiben. Hä. Warum können die mich abschießen. ich glaube ich muss als shadow oder bin ich groß oder schädel keine ahnung ich habe echt keinen plan ich bin auf jeden fall eine stufe gestiegen weil ich mir auch wenig mal pro spiel ein level steige dann werde ich in 100 tagen 100 level steigen ich glaube entweder ist das leveln immer gleich pro level oder mit zunehmender levelanzahl quasi muss man noch mehr erfahrungspunkte sagen das weiß ich auch nicht vermute ich aber eher ja einen umgebracht habe ich auch irgendwie nicht sagen wir wollten gerade bis in stein sagen aber nein das spiel start sauber wohin gehen wir denn zum jacht können wie heißt das aprischi gebiet wo war noch mal die hütte sie hätte da wo ist die hütte hier ich glaube da bin mir auch aber nicht so ganz sicher super da war auch ein heli der ist glaube ich weg dankeschön an den anderen schwane ok krass der ist doch da der wurde einfach später geladen ja wo ist die hütte hier aprischi hütte sammeln wir mal ein bisschen waffen goldene kiste sturmgewehr haben wir auch ein besseres pump gun nehmen wir auch mit was ist hier noch eine pump gun auge des sturms da war was glaube ich was da klongranate was kann die denn geil das sieht echt hammer aus echt eine krasse sache klongranate oh noch eine kiste ne die kit haben wir kein sturmgewehr holen wir stattdessen von diesem blau ist blau besser das ist ja sowieso bei jedem denkst du je mehr man das spielt desto mehr kennt man das ok oh noch eine kiste ja ich bin glaube ich ein kistenmeister geworden kleiner schilddrank das könnte man machen sturmgewehr sturmgewehr was ist das pump gun holen wir stattdessen von dem oh da ist noch eine kiste wo ist die da sehe die kommen wir da rein ne ich bin im kreis super habe ich da angel was kann man mit angel machen versuche ich mal kann man fischen ja man braucht schirken gibt es hier mehr oder so schilddrank benutzen wir mal dreck taktische schrottwinte kam hm ich glaube die ist besser was ich jetzt habe da ist noch was hier haben wir noch eins was ist das sagen wir ein sturmgewehr da sind so viele sachen ich komme nicht mehr klar ah ne sagen wir ein sturmgewehr sturmgewehr sind immer ja hier sind so viel wo ist die kiste hier sind echt tausend kiste mal ne ich finde den ja was wir machen müssen mit heli rumfahren waffen haben wir eigentlich genug ja durchsucht truhen bei orientierungspunkten füge ich wieder ein schaden mit sturmgewehr und so eliminieren ja warum ist das weg ich bin eigentlich hier sicher ich kann bauen wie kann man baumenü ändern und jetzt material als schilddrankpistole brauche ich gar nichts ja da ist die kiste holen wir die auch noch komm wenn wir schon hier sind warum glitzert das ja da war ich da nicht doch ne boah wieder salven sturmgewehr ist grün besser ne blaues was bandagen bazooka ja was das ja munition kann man nicht mal brauchen krass da ist wieder eine kiste die enden ja gar nicht kann ich diesen schilddrang jetzt nicht benutzen doch da stufe 10 kann man noch weiter nach oben ne da ist echt wenig los ne und da klingelt was das heißt ich werde gleich sterben ja buch runter hoch verlassen halte das ist aber sehr auffällig das ist aber sehr auffällig geil kann ich mit diesem Auto fahren was ist das eisen verbannt pstole kann man bücken oder so glaube ich nicht mit munition wieder eine kiste wo ist die kiste da die sind echt zu viele kiste granate warum kriegst du so viele medaillen oh munition geil kann ich auch auf die toilette gehen nicht mehr verstecken wenn ich auch so auf die toilette springen würde dann würden keine ahnung die ganze scheiß überall auf die wände fliegt geil und dann spielt das noch passiert das überall ja krank echt krank wo sind die ganzen leute ich muss ja irgendwie der kreis ist aber echt klein geworden ja der hubschrauber der hubschrauber wäre echt zu laut mal schauen was passiert vielleicht kriegen wir doch unseren ich glaube ersten kill 14 leute noch krass vielleicht könnte ich echt sieger werden anfänger glück würde man das nennen auto kann ich hier benutzen ok kann man denn ich benutze ok kann man denn ich benutze feuer wo sind die ganzen leute hier ich muss mich echt ein bisschen beeilen fuck super ich habe rüstung an schild aber ich werde trotzdem vernetzt wie geht das was lazy lake neuen ort entdeckt hier muss ich echt aufpassen hier könnten einige sein ja aber ich glaube da sind noch die groß wo ich kann theoretisch echt hier bleibe noch zehn leute ich glaube die war noch nicht so gebaut wird aber land ja auch hier ist aber niemand wo sind die alle ich bin im kreis neun leute noch wo sind die da hinten ist ja da könnte was sein das ist ja auch mal respekt bin anfänger aber achter hier im spiel ob ich okay ich weiß nicht ob das jetzt was besonderes ist aber das gefühl dass auf jeden fall da da unten das ist nicht gebaut ist kreis acht scheiß die kleine wie schnell dieser kreis klein wird ich schaub am anfang dauert das noch lange aber im nachhinein wenn wird die also wird der abstand immer irgendwie geringer xp egal fack alter